Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zum Umzugsvlog 1. Ich zeige euch heute die leere Wohnungstour und wir fangen schon an zu streichen. Wenn man hier reinkommt, sieht man den Wohnzimmer und den Robben. Alle bunten Wände werden noch weiß. Das nehmen wir heute von Teils in Angriff. Der Raum ist sehr groß, da ist die Eingungstür. Wir gehen mit einer Tippe so runter. Aber dann geht man hier weiter. Hier ist noch Flur. Und hier ist der Schleifzimmer. Es ist auch mega groß. Richtig schön und da ist direkt ein Wald da draußen. Ja, mega cool. Der Boden ist auch schön. Da geht es zum Speichern. Hier ist das Bad. Das Bad ist übelst groß. Dusche, Badrone. Und ja. Jetzt gehen wir in die Küche. Und hier ist der Labshaker. Da kommt dann die Waschmaschine, die Maschinen und hier kommen dann so Vorräte. Und ja, das ist noch nicht so ganz ready. Und die Kacheln sind auch schon ungefähr 100 Jahre alt. Aber ja, das war das Buch und wir haben jetzt mal zu streichen. So, das ist jetzt unser Streich-Equipment. Zweimal diese Farbe. Und ganz viele Pinsel. So, wir haben jetzt da unten alles abgeklebt und Folien gedenkt. Und wie man sieht, fangen wir jetzt an. So. 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 Jetzt haben wir fast überall eine Schicht und das da bleibt sogar in den Schrank vor. Deswegen fummeln wir da mal ein bisschen. Und da kommen wir jetzt die kleine Schicht hin. Da wo er ist. So Leute. Das ist jetzt ungefähr vier Stunden später. Danke, dass du das Licht ausmachst. Das war ich nicht. Ja doch, weil du Mutter angemacht hast. Micke, 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 Micke. Konntest du das Licht kurz wieder machen? Na, sehe ich schon. So, jetzt seht ihr uns auch wieder. Wir sind voll müde und voll im Arsch und ich habe mega auch immer noch anderthalb Brötchen gegessen heute. Und wir sehen richtig farblich aus und wir haben aber mega viel geschafft. Die ganzen bunten Wände sind weg. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Wir melden uns morgen, weil da muss der junge Mann in den Baumarkt. Vielleicht nehmt ihr euch mit. Und dann streichelt er nochmal über alles, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Er hat Urlaub. Und wir melden uns dann morgen.